ich wechsle mal auf habe ich noch einen stein habe ich nicht ne zum glück geht die sonne auf mann oder ist noch ein langer nur space in backpack kann ich das da reinsetzen 123 noch mal sticks und dann wahrscheinlich steine wieso und dann muss ich die daher hintragen wahrscheinlich was da ist er da ist er alter wie ich mich wieder erschrocken habe alter der wirft nach mir diesmal ist es ein roter er hat mich getroffen dafür piekst ich dir im bauch alter in deine schwolle grein hier steine alter jetzt zack hast davon wir müssen ihn harvisten aber er hat mich erwischt man schon wieder verdammte scheiße alter ich will ja aussieht aber er war wenigstens beim friseur was war das stone einfach nur stone stick blade mann small stick echt ich will nicht schon wieder verkacken small stick small stick noch mal stick vor meiner hand sieht echt derbe aus das ist komplett uncool aber wir versuchen es wirklich mal hier fertig zu kriegen so big stone oder was jetzt halt big stone unknown fruit okay die können wir auf jeden fall erst mal mitnehmen weiß ich nicht ich muss mich inspekt sagt hier die keule das ist immer noch völlig für den arsch das ding ist sauber da haben wir eine wunde und da haben wir eine wunde okay mit diesem ding hier zusammen keine ahnung wie lange man das jetzt so aushalten kann ich brauche einfach nur normalen stein gerade mal so schwer ist das ja nicht was schlange ja den können wir auch noch mitnehmen so sollte ich eventuell den speer ausrüsten leute ich brauche hier einfach nur einen kleinen stein alter da sitzt doch schon wieder der nächste wichser als ob der mich jetzt nicht gesehen hat das ist echt hart man ich dachte ich spiele auf easy da ist ein stein ne kannst du richtig erfallen lassen wir müssen den mal kurz harvisten um dann letzten endes zu craften mit dem rücken zu dem typ versteht sich craft und stone craft stone x no space in backpack schwupp was denn muss ich da jetzt noch mal den stein hinpacken stone x remove und auf 1 alles klar ich bin mir sicher dass der typ hören wird wie wir diesen baum fällen safe safe wird er es hören aber es ist mir im moment gerade echt immo scheiß egal ist es mir immo so ich haue jetzt hier drauf auf den ganz dicken baum also wenn ich das jetzt wieder nicht schaffen sollte dann gehe ich direkt hierhin und mache die die aktion genauso wie ich sie jetzt gemacht habe aber ich hoffe mal wirklich dass wir es schaffen so ich habe langsam das gefühl dass ich diesen baum nicht fällen kann scheiße denn hier kann ich fällen für den anderen bräuchte ich da eventuell eine motor säge erzähl mir dass meine axt kaputt ist bitte ehrlich alter wie week kennt ihr diese kanäle auf youtube die das weitaus besser machen als der typ ohne scheiß alter die zimmern dir irgendwie mit dem stein und na und einem holz alter zimmern die aber ein teil dass 500 bäume kalt macht und nicht nur ein oder habe ich überhaupt ein kalt gemacht wo ist der baum den ich angeschlagen habe hier er wieder gekommen okay sie geht schon merklich runter aber okay long stick kann ich die denn fällen palm leaf hä welche bäume soll ich denn entfällen ihr flach jetzt sag mir nicht den oder den hier der sieht noch ein bisschen dicker aus als der andere oder hilfe okay was ist das lock sehr schön wow wow freunde wir sind im begriff fortschritt zu machen kann ich da bitte mal dankeschön stick brauche ich den stick brauche ich den stick so und dann brauche ich die bäume die bewaldet sind bewachsen sind kann man schon sagen da vorne müsste jetzt gleich eventuell der eine hoschi aus der ecke kommen um mir an meinen schwallek wollen okay zum schlafen muss ich dann also zurück in zur anderen base oder was schön wieder zwei loks ein sonniger teil und da ist es mit den steinen lassen wir mal einfach versuchen das mal fertig zu kriegen ohne dass wir besondere sachen jetzt hier noch veranstalten einmal kraft und kraften habe ich da überhaupt platz für natürlich nicht ne natürlich nicht komm stein blade weg axte hin ne ich brauche wieder einen neuen baum wo haben wir denn hier mal hin ich weiß nicht ich will eigentlich jetzt nur noch bewachsene bäume daun hauen weil ich von denen wenigstens weiß dass es zählt wow hier habe ich einen guten ausblick man wo ist denn der nächste baum naja der hier ist den kann ich doch nicht fällen oder ja natürlich aber ich bin schon wieder ein bisschen sanity mäßig unterwegs hier was ist denn hier bamboo mal gucken was da rauskommt coole animation alter was war das alter wisst ihr was hier gerade abgeht das war die sanity die langsam runter geht bei mir ich werde langsam irre anscheinend kann ich hier nicht noch komm ich esse mal irgendwas essen ist immer gut das ist nicht so gut das trinke ich einfach aus hier bumm zack mental health wieder hergestellt was ist das bamboo lock soll ich den mal ausprobieren ich meine bamboo lock steht auch lock nein pisse ja toll ich dehne keine bäume mehr hier liegen nur tote vögel rum doch hier ist noch einer aber das sind doch auch wieder nur zwei ähm holzstämme holzstämme das ist doch voll scheiße meine sanity ist immer noch im sinken hier den lock da den lock vielleicht sollte ich doch erstmal das campfire gleich bird feather das campfire gleich lighten weil dann haben wir ein bisschen ehrlichkeit aber ich glaube ich möchte die nacht lieber schlafen verbringen bei den ganzen fortidioten hier hier rumlaufen so hier vorne habe ich noch einen gesehen aber man drückt ja immer automatisch so schnell laufen ne das sollte man in diesem game ich denke vermeiden ey okay 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 ach so ein mist wo sind denn hier noch diese stämme wo ohne scheiß es ist schwieriger als ich gedacht hab es ist echt schwieriger als ich gedacht hab ah hier ist noch einer ich hab doch gewusst dass da zwei sind was war das das war irgendein geräusch ne fuck ey ich hoffe man wird irgendwann abgefuckt da so ein bisschen gegenüber diesen ganzen sounds und so ich hab schon wieder die leech attacke am start wo denn aua ja wegen diesen idioten man so zwei wunden alter er spricht parsec das ist natürlich crazy lord voldemort am start ich hab mich irgendwie trotzdem erschreckt keine ahnung ey lock so ich versuche mal wieder ein bisschen zu essen vielleicht kann das dem ganzen vorbeugen ich esse auch mal alter schwede das menschenfleisch hat meine inszenity oh oh shit sind die da wirklich oder bin ich einfach nur irre gerade soll ich mich mal treffen lassen ich glaube ich lasse mich mal treffen mal gucken ob ich energie abgezogen kriege ich kriege energie abgezogen fuck okay okay das ding hier ist anscheinend ist anscheinend echt übelst schwer oh oh was bleibt das jetzt die ganze zeit so da sind immer mehr alter ist das krass oder habe ich aus versehen den pilz gegessen wir werden es in der aufnahme sehen jetzt ist meine inszenity sowieso schon auf max alter ich muss kotzen dreimal oder was von den pilzen scheiße ja freunde heftiger reinfall man ey das ist wirklich schwerer als ich gedacht habe wirklich 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 das heißt in der nächsten aufnahme werde ich mich hier auf jeden fall richtig zusammenreißen müssen wir werden auf alles achten müssen wir werden auf dem boden rumkrabbeln müssen bis zum erbrechen aber wenigstens haben wir nun nach zwei folgen hinausgefunden herausgefunden was wir machen müssen beziehungsweise wie wir es machen müssen das nächste mal werde ich noch versuchen das campfire als erstes anzumachen wir brauchen sowieso ein campfire wenn wir hier diese ganzen typen wegnatzen können wir das fleisch wenigstens kochen und dann haben wir wenigstens was zu essen und ja so werden wir dann in der nächsten folge einfach mal vorgehen denke ich mal ne ja friends vielen dank fürs zuschauen es bleibt spannend nächste folge gehen wir es nochmal an alle guten dinge sind drei bis denne tschüssi kowski die